Und willkommen zurück bei Minecraft. Wir sind, hätten sie es gedacht, bei einem lustigen Treppenbauen am Start. Ja, wir bauen hier quasi die Himmelstreppe nach. Ich glaube, eine Himmelstreppe gibt es sogar. Irgendwo in Asien gibt es die. Ne, haha, warte mal. Die Himmelstreppe gibt es, soweit ich weiß, im Elbsandsteingebirge. Ja, da gibt es nämlich so einen Felsen, oder so ein, naja, doch, ist ein dicker, fetter Felsen, sag ich jetzt mal, der in der Mitte so ein bisschen gespalten ist. Mehr. Und da, äh, wurde quasi in diesen Spalt eine Treppe reingebaut. Und die ist, glaube ich, kaum Meter breit ist die. Und die führt halt hoch auf die Oberfläche dieses Felsens. Da steht, glaube ich, ein einzelner Baum rum, oder sowas. Und auf jeden Fall, das Faszinierende ist auch, dass da halt, also, als ich oben war, war da noch überhaupt kein Geländer drumherum, kein gar nichts. Das heißt, man hat da wirklich so einen, ich weiß nicht, wie tief der Abgrund war. Naja, 50 Meter, vielleicht ging es da runter. Ja, und da stand man wirklich so an diesem leuchtgewölbten Rand von diesem Felsen und hat da runter geguckt. Und das war dann schon insgesamt sehr beeindruckend. Und was auch noch interessant war, war, dass, das war auch so ein Felskamm. Da gibt es ja in dem lustigen Gebirge einige. Da war so ein Felskamm und der war, also oben an der Spitze auch kaum Meter breit. Naja, vielleicht anderthalb Meter breit. Und in der Mitte war halt ein Pfad schon ausgetreten, also richtig tiefer Rinne war das, wo man halt so Kaffeeböhnchen laufen konnte. Und die hat sich da so ganz galant in der Gegend rumgestängelt, diese Rinne. Und da war wirklich wieder rechts und links der Abgrund. Also ein bisschen Höhenangst habe ich ja schon, aber manchmal sind solche Sachen auch einfach nur faszinierend. Muss man mal zugeben. Wenn man da einfach mal vor einem riesigen Abgrund steht und es geht einfach runter mehrere Meter. Ja, das gibt dann schon einige Lebensgeister. Es kann sich natürlich auch nehmen, die Lebensgeister, aber da müsste man schon einen gewaltigen Schritt vorwärts machen, damit das passiert. So, na, wir haben es ja bald geschafft hier. Jo, also Elbsandsteingebirge kann man sich immer wieder gerne angucken. Auch mal so ein bisschen abseits von diesen Touristenzielen wie dieser Brücke, die es da in der Mitte gibt. Auch mal so ein bisschen, ich weiß nicht, ich würde jetzt keine Klettertour machen, aber eine kleine Erkundung wäre das Ganze schon wert. So, mal gucken, lasse ich jetzt die ganz auslaufen. Ne, ich mache noch einen Knick rein, würde ich sagen. So, da kommt hier nämlich noch ein Knick dran. Und zwar hier so, kommt noch ein Bodest dran. Ja, also es gibt schon ziemlich beeindruckende Orte auf dieser Erde, die man vermutlich nie alle in seinem Leben sehen kann. Und die wenigen Glücklichen, die es da gibt, können einen Teil davon sehen. Und ihre Treppen richtig rum hinsetzen. Fand ich auch so witzig. Da gab es ja vermutlich mal im Mittelalter Verteidigungsanlagen im Elbsandsteingebirge, also auch zum Beispiel bei dieser Pasteibrücke heißt sie, glaube ich. Und da waren wirklich in den Felsen daneben noch so Stufen und Halterungen eingehauen, wo dann die Katapulte oben auf die Felsen gestellt wurden. Ich meine, das ist auch ein Arbeitsplatz. Mitten da oben auf irgendwelchen Felsen, Katapulte hinbauen und die auch noch bedienen, um irgendwelchen Leuten Steine auf den Kopf zu werfen. Das ist schon eine Sache für sich. So, wir haben hier die Treppe zum Marktviertel, sag ich jetzt mal. Ist natürlich blöd, dass das Marktviertel da oben ist, aber ist sowieso eine Fantasywelt, deswegen ist das furchtbar egal. Dann müssen die ganzen Händler halt sehen, wie sie mit ihrem Marktkarren da hochkommen. So, es wird schon wieder dunkel und ich werde mich dann mal über die neu gebaute Treppe nach oben begeben, was übrigens immer noch ziemlich lange dauert, aber egal. Wird ja auch eine entsprechend große Stadt eigentlich. Wie habe ich das hier eigentlich gemacht? Hier waren die drei Treppenstufen und dann rechts und links diese Klötze, okay. Und bei Bodesten habe ich das so gemacht, dass ich eins, zwei, drei und doch einen vierten Klotz daneben gemacht habe. Dann geht die Treppe erstmal den Berg hoch. Na, das wird noch was werden mit dieser Stadt hier. Mal gespannt, wie lange das geht und wie weit wir kommen. Aber ein Ende ist ja erstmal nicht in Sicht. So, ins Bettchen. Rapü, rapü, so, so. Und wieder raus aus dem Bettchen und weitergebaut. Ein spontanes Frühstück genossen. Bestehend aus Brot. Lecker. Und dann geht es weiter mit dem Treppenbau. Von wir können an so einer Stadt unendlich viel machen quasi. Zum Beispiel die ganzen Häuser da oben, wenn sie dann mal im Rohbau fertig sein sollten. Dazu brauchen wir noch Leben. Wir müssten ja noch eine Inneneinrichtung erfahren, aber... Also die ganzen Häuser mit schönen Details innen ausstatten, das wird eine Sache für sich. Und eigentlich möchte ich auch gar keine Dinge offscreen machen. Ich weiß, das habe ich einmal gemacht bei dem Tunnel da unten. Aber an sich ist es ja auch ein bisschen witzlos. Ein Let's Play zu machen und dann Dinge offscreen hin zu zaubern. Da ist es kein Let's Play mehr, sondern ein Let's... Keine Ahnung, guck mal was ich gemacht habe. Und ein bisschen will man sich das ja auch ein bisschen gemeinsam erkunden. Weil das hätte ich auch gar nicht machen müssen. Diese ganze Aufnahmengeschichte hier und so. Wenn ich das dann sowieso alles alleine hingebaut hätte. Deswegen ist das so, wie es jetzt ist, schon besser. Ja, wir müssen die Treppe natürlich auch noch stützen, das ist klar. Wollen wir nicht vergessen. Aber zumindest werden wir hier mal unseren ganzen Cobblestone los, weil das Zeug... ...muss ja auch irgendwo mal landen. So, koppel, 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 koppel. Achso, ist das ein bisschen doof jetzt hier? Hm, schon. An sich schon. Dann lasse ich hier halt das Ding weg. Kommt hier halt in eine Mauer hin. So. Man möchte hier nicht beim Treppensteigen den Kopf rammeln. Das wäre nicht so geil. So, ich habe doch noch bestimmt irgendwo... Ich möchte eine Ankündigung machen. Unser Cobblestone ist fast weg. Oh mein Gott, was ist passiert? Irgendwie haben wir den gesamten Cobblestone verbaut. Na gut, wir haben schon einiges an Stone verbaut, das müssen wir mal zugeben. Aber jetzt ist der Cobblestone uns alle gegangen. Das geht ja gar nicht. Achso, am Ende der Aufnahme müsste ich mal hinterher in den Wald gucken, ob da schon ein bisschen was gewachsen ist. Weil man ist ja immer so ein bisschen hippelig, wenn man irgendwas in Auftrag gegeben hat und das einfach nur noch Zeit braucht, um zu entstehen. Dann möchte man noch schon irgendwann wissen, wann das fertig ist. Ich habe doch einen Haufen solchen anderen Stone hier. Interessant. Na, vielleicht machen wir dann in der nächsten Folge mal entweder ein bisschen Backstein-Action noch. Oder wir erkunden wieder eine Höhle. Hm. Mal gucken, was wir da so machen werden. Aber jetzt können wir erstmal noch ein bisschen Cobblestone an die Treppe klatschen. Drei Stecks haben wir ja noch. Stecks. Stecki, stecki, steckse. So, wo waren wir? Wir waren hier. Hier wollten wir nichts machen. Hier machen wir entweder ein Geländer hin und lassen die Leute einfach runterfallen. Das kommt ja aufs Gleiche hin. So, hier mache ich mal zu. Ja, da können wir hier so ein leichtes Geländer bauen, das dann da vorne aufhört. Dann muss hier natürlich noch ein Geländer hin und zwar auf Cobblestone. Das heißt, die Erde kloppen wir uns mal hier mal raus. Und ich habe das Gefühl, dass im Vergleich zu früher die Minecraft-Musik öfters kommt. Kann mich natürlich täuschen, aber irgendwie habe ich halt das so im Gefühl. Naja, soll mir auch recht sein, ne? Wird das fix nicht allzu eintönig hier mit meinem komischen Gelawere. Wo ich erzähle die ganze Zeit nichts Gescheites eigentlich. Wenn man sich das mal bei Licht betrachtet. Ich gehe die ganze Zeit nur bla 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 bla. Und da ist gar kein Inhalt drin. Müssen wir mal gucken, wie weit ich das Geländer mache hier. Bis dahin können wir das schon machen. Ja, es sieht natürlich doof aus jetzt, aber ich habe auch keinen Bock die Treppe nochmal eins nach drüben zu versetzen. Ja, an solche Dinge sollte man halt früher mal denken. Ich könnte hinterher noch irgendwelche Geheimräume hinbasteln oder einfach Torbögen, keine Ahnung. Irgendwas wird uns da schon einfallen, aber ich bastel hier erstmal ein bisschen weiter den Cobblestone an die Seite dran. So, aua. So, so. Ja, kann ich das gleich von hier machen. So, aller Ferndiagnose. Zack, zack. Das gleiche kommt dann, ähm, mhm, 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 mhm. Der Gestalt hier dran und natürlich auch auf der anderen Seite. Hier möchte ja keiner runterfliegen. Ich meine, hier ist es relativ ungefährlich. Da machen wir das nur noch aus Stylismusgründen. Aber ein bisschen Baukunst möchte ja auch schon dabei sein. So, ich habe ja mal... War das letzte Folge? Ja, ich glaube, letzte Folge habe ich davon gesprochen, was es für große Subjekte gibt. Aber es gibt auch ziemlich beeindruckende Objekte. Schon allein, wenn man sich die ganzen Kathedralen des Mittelalters mal anguckt. Ich meine, da sind wirklich Dinge entstanden. Da weist man heute noch die Augen auf. Wo es schon Wolkenkratzer gibt, die mal in ein paar Jahren hingestellt werden. Wenn es überhaupt mal ein Jahr dauert. Aber das war ja wirklich alles aus Stein gebaut und noch mit ganz anderen Mitteln. Das kann man sich ja heutzutage kaum noch so vorstellen, wie das denn da alles gebaut wurde. Aber so eine richtig dicke, fette Kathedrale zum Beispiel. Oder so ein Dom. Mit den ganzen Kuppelgewölben und den Verstrebungen. Und den Steinschnitzereien und so weiter und so fort. Also das war auch schon ein Projekt, wo wirklich Leute, also mehrere, ihre gesamte Lebenszeit dran verbracht haben. Und es ist nicht heute so, ich habe ganz viel Geld in der Tasche. Ich baue mir mal da Wolkenkratzer hin und nächste Woche gehe ich angeln. Das ist dann nicht so. Da war wirklich quasi auch natürlich ein bisschen mit Glauben verbunden. Der Auftrag der Menschen da, also der Wille der Menschen da, so ein großes Gebäude zu errichten. Um halt ihren Glauben und ihren Glaubensinhalt zu ehren. Und da muss man natürlich auch mal wieder die gesamten nicht allzu Gläubigen bedenken. Also ich möchte da mich jetzt mal zum Beispiel Ingenieure titulieren. Aber ich glaube ich mache das doch hier so, weil das geht mir ein bisschen auf den Senkel. Gut, der sieht auch kacke aus. Mäh. Was mache ich denn jetzt? Egal, der ist halt weg. Ähm. Ist der Klotz gerade die Treppe runtergehüpft? Warte mal. Das finde ich ja witzig, wenn Klötze das tun. Schwupp. 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 Die hüpfen wirklich so ein bisschen die Treppe runter, habe ich das Gefühl. Interessant. Okay, wir schnappen uns mal noch mehr Kobblestone und basteln den wir hier hin. Ja und die haben wir halt auch nicht mit Kobblestone gebaut, ne? Im Mittelalter. Da mussten die sich an Sandsteinen schon selber aus der Wand klöppeln. Na gut, nicht selber. Also der Bauherr hat natürlich da eher weniger Hand angelegt. Aber die ganzen Bauarbeiter saßen halt da am Steinbruch rum und haben den Stein aus der Wand gebrochen. Das war auch so eine Arbeit für sich, da muss man auch mal ein bisschen den Hut vorziehen. So. Hier in Minecraft ist alles etwas einfacher, da kann man einfach Klick machen und dann ist das Ding da. Und die Dinge schweben hier auch meistens in der Luft, wie man zum Beispiel da drüben sieht. Ist ja RL auch meistens nicht so, also da neigen die Dinge eher weniger dazu in der Luft rum zu schweben. Sondern fallen ziemlich schnell nach unten. Was natürlich das Bauen etwas erschwert. Da muss man sich immer mit Kran, Gerüsten und ähnlichen Sachen aushelfen. Damit man da irgendwie zum Erfolg kommt. Öh, was mach ich hier eigentlich? Ich weiß es nicht. So, das ist ja mal weg. Also da ist dann das zu Ende. Dann geht das hier aber weiter. So. Oho, 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 oho. Also ich finde das schon beachtlich. Vor allem, was auch, sag ich mal, die Frühvölker, also... Na gut, also Steinzeit meine ich jetzt da nicht, aber halt so in der Bronzezeit zum Beispiel. Die haben ja auch schon einige Burgen errichtet. Also gut, das waren jetzt keine wirklichen ausgereiften Burgen. Aber die hatten nicht so einen Schwachsinn wie irgendwelche Seitenzäune hier dran. Sondern das waren wirklich schon ziemlich befestigte Wehranlagen. Wenn man sich zum Beispiel mal die, äh, diese Rundtürme der Kelten anguckt. Also ich meine jetzt nicht diese... Ja, jetzt komme ich natürlich wieder ein bisschen auf Schottland zu sprechen, aber diese... Es gibt ja diese Klöstern, diese Rundtürme, die oben so ein Spitzdach haben. Die meine ich ja nicht mal. Es gab ja auch schon... Ja, war das die Bronzezeit? Oder war es schon die Eisenzeit? Na egal, es gab ja diese... Quasi, ich sag mal... Trumpförmigen Steinhaufen. Na gut, ja. Diese kleinen Forst mit... So einer Art, äh, aufgeschichten Steinmauer rundherum. Die ja auch komplett ohne irgendwelche Hilfsmittel errichtet wurden. Also ich glaube nicht, dass sie da schon irgendwelche Kräne hatten. Aber ich glaube, dass wir keine Dinge mehr haben. Keine Zäune. Na gut, ist ja kein Beinbruch. Die Treppe macht schon was her, habe ich so das Gefühl. Die müssen wir natürlich noch ein bisschen ausbessern. Das ist natürlich so ein bisschen... Ein kleiner Popelpunkt, den wir aber mal... Ich weiß nicht, was mir da gerade einfällt. Könnten wir doch eigentlich... Ich mach mal das kurz so hier. Mach mal ganz schnell. Probiere ich mal kurz aus, wie das denn aussehen würde. Äh... Da schon hin. Ja, können wir eigentlich machen. Dann so hier. Dann so. Hoppala, nicht so hier. Und die Sonne geht schon wieder runter. Und die Folge geht dem Ende hinzu. Ach, das ist mir immer so ein Zeitdruckgerät hier. Das ist die Mitte. Dann möchte ich gerne mal... Ach, jetzt klappt das wieder nicht. Ja, ja, jetzt geht die Sonne unter. Ich hab keinen Bock auf irgendwelche Viecher. Ah, platziere die Treppe da ordentlich dran, oder? Ich werde annähernd wahnsinnig. Also, mehr als gewöhnlich. So, das so hier mache. Und dann einfach mal hier aus... Wieder verschiedenen Stylismusgründen einen kleinen Torbogen einfüge. Ich weiß nicht, kam mir gerade so in mein verwirrtes Gehirn rein. Ne? Kann man das auch machen, oder? Finde ich sogar einigermaßen hübsch. Und wir haben einen Zaun bekommen. Den ich gleich mal in ultimative Baukunst dorthin setzen werde. So, bevor es hier wieder irgendwelche miesen Viecher aufkreuzen, würde ich mal sagen, ich verschwinde ganz, ganz fix ins Bettchen. Und wir gehen mal gucken, ob wir in der nächsten Folge Dinge machen, die ich schon wieder vergessen habe. Das habe ich doch erst die Folge erwähnt. Verdammt. Na gut, ich gebe mir das Bettchen. Vielleicht fällt es beim nächsten Morgen wieder ein. Ich sage Tschüssi und auf Wiedersehen.